Schönen guten Morgen miteinander und wie geht es euch an diesem Sonntag? Gestern habe ich ziemlich ruhig gemacht, ich habe auf Scarface geschaut und einfach gewesen. Und heute ist so richtig ein Familientag, wie meine Mutter kommt und dann schauen wir wahrscheinlich einen Film, was genau weiss ich noch nicht. Und einfach ein wenig sein und nachher langsam bereit machen für die neue Woche. Es steht nicht so viel an, am Mäntag Physio und The Last Dance zu schauen. Episode 5 und 6, ich freue mich riesig auf das. Und nachher mal schauen, vielleicht den ein oder anderen anschreiben für die Antrifft, weil eben es fällt ja wieder an. Wenn ihr Interesse habt, einmal mit mir ein Gespräch zu haben, dann meldet euch euch. Bleibt fresh, bleibt gesund und einen schönen Sonntag euch. Tschüss zusammen!